Die meisten Orte in Himmelsrand glaubten, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Und ich bin schon ganz aufgeregt, denn wir treffen jetzt wohl unseren ersten Drachen und ich bin gespannt, wie das wohl verläuft. Werde ich stark genug sein oder werde ich scheitern? Die große Frage. Drachen, die in den Lüften Feuer spucken. Vampire, die dreist die Leute auf der Straße angreifen. Das Ende der Welt ist gekommen, das sage ich euch. Das Leben wesentlich erleichtern. Westlicher Wachtturm. Jetzt ist er die Richtung. Da vorne ist er schon, oder? Da vorne ist es bestimmt schon. Oh Gott. Kein Drache in Sicht. Es ist noch kein Drache in Sicht. Das Wetter wird aber auch nicht besser. Sieht sehr nach Regen aus. Finde ich ja nicht gut. Ich würde gerne dem Drachen in Sonnenschein gegenüber treten. Naja wohl, es geht eigentlich. Es müsste frühmorgens sein. Oh, schöne Kamerafahrt. Oh Gott, ich hoffe, dass ich nicht die letzten Bilder von uns sehe. Und dass wir jetzt nicht dem Drachen zum Opfer fallen. Das wäre traurig. Das wäre traurig. So, wo sind die denn jetzt hier? Ah, da vorne sind sie, glaube ich. Ich kann sie sehen. Hallo. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo auffällt. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Oh, schön. Und gemeinsam machen wir uns auf den Weg in einen heiligen Kampf. Gegen ein Ungeheuer. Oh, schön, wie der Trupp hier zusammenläuft. Westlicher Wachtturm entdeckt. Oder rennt einer raus. Erzähle, was geschah. Schnell. Künaret rette uns. Er kommt zurück. Im Ernst? Oh Gott. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins schwarze Treffel. Heiliger Jesus. Da hinten kommt er. Oh Gott. Und er kommt immer näher. Ist der schnell? Oh, fuck. Wie soll ich den denn angreifen? In der Luft bestimmt nicht. Also mit Pfeil und Bogen. Das kannst du ja voll vergessen. Oh. Wow. Da brät er schon seinen ersten Menschen. Okay. Also eins ist völlig klar. Ich muss auf höheres Terrain. Das ist ja hier unten. Hier unten hat er mich sofort. Wow. Was waren das für ein Bums? Was hat er denn gerade gemacht? Ich muss versuchen, irgendwie auf ihn drauf zu springen. Und ihn, keine Ahnung. Ich muss ihm das Schwert irgendwie ins Auge rammen. Verdammt. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, das schaut halt schon edel aus, aber... Ja, Wahnsinn. Der redet sogar. Habt ihr das gehört? Der kann... Der redet mit uns. Der kann reden. Ah, fuck. Jetzt hat es mich hier hart getroffen. Ich muss mich mal heilen hier. Und dann... Dann müssen wir... Es hilft alles nichts. Wir müssen damit anfangen, unsere Klinge in ihn rein zu rammen. Aber wie ich das anstellen soll, weiß ich immer noch nicht. Oh, shit. Wie er wütet. Wie er wütet. Der wütende Drache. Er ist gelandet. Das ist meine Chance. Jetzt drauf. Jawohl. Das ist gut. Das ist gut. Ich komme von der Seite. Das ist sehr gut. Und drauf springen. Und draufhauen. Einfach draufhauen. Komm, schlag zu. Schlag zu. Oh, okay. Der lässt sich ganz gut bearbeiten. Oh, fuck. Scheiße, du Bestie. Fuck. Und ich brenne schon wieder wie ein Streichholz. Scheiße. Schnell weg hier. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen Abstand gewinnen. und mich hier mal erst versorgen. Okay. Der gewinnt auch ein bisschen Abstand. Der landet da hinten. Jetzt muss ich halt hinrennen. Aber da habe ich wieder keine Ausdauer mehr. Aber ich muss. Ich muss. Oh, fuck. 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 Triple fuck. Ah, no. Nee, da habe ich keine Chance. Also von vorne kann ich mir überhaupt nicht kommen. Nee, 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 nee. Das geht gar nicht. Ich muss weg hier und mich heilen. Mir gehen auch die Tränke langsam aus. Das ist ein bisschen, äh, ärgerlich. Oh. Fuß. Scheiße. Aber man kann schon sehen, er blutet ein bisschen. An seiner Schnauze. Er blutet. Er blutet. Und das heißt, er kann sterben. Oh, fuck. Wie weit seine, wie weit seine Feuerbäller auch reichen hier. Oder sein Feuerstrahl. Schnell hinter den Stein. Schnell hinter den Stein. Und jetzt stürmen. Ich muss, ich muss rushen. Ich muss auf ihn drauf irgendwie. Komm schon. Chris Johnson. Gib alles. Ich habe ihn. Verdammte Hacke. Yeah. War gar nicht so schwer. Oh, Wahnsinn. Oh. Unter Schrei im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittlicher Macht ausrüsten. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenblut-Helden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt. Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenblut-Helden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiberseptim höchste... Denkt nicht mal im Traum daran. Ich habe nie davon gehört, dass Tiberseptim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenblut-Helden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irillet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irillet, sagt doch mal. Glaubt ihr an diese ganze Drachenblut-Geschichte? Hm. Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen. Und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskal. Ihr seid kein Mord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Du, ich habe überhaupt keinen Plan. Nee, ich habe es noch nicht versucht. Aber da stand ja eben gerade was vom Magiemenü. Da muss ich jetzt mal reinschauen. Dann hier Kampfschrei. Da steht es doch. Äh, genau. Auswählen. Ich wähle es mal aus. Okay, äh. Benutze RB zum Schreien. Ja, okay, dann mache ich das auch mal. Mal ein bisschen Abstand hier gewinnen. Und dann, äh. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Okay. Das war aber schon eher ein laues Lüftchen hier, ey. Ich glaube, das geht schon noch härter. Aber ich glaube, das ist alles Übungssache. Und da liegt ja das Skelett. Oh, ich kann ihn nicht eh. Werde ihn mal looten hier. Genau. Drachenknochen, Drachenknochen. Oh, cool. Damit kann man bestimmt irgendwas Schönes basteln. Gold. Und dann hat er hier noch von den, äh, Weißlaufwachen hat er ja Kleidung dabei. Warum hat er die denn dabei? Naja, egal. Okay. Ja, wunderbar. Da liegt er jetzt. Und bleibt doch für ewig da liegen. Oder wie sieht das aus? Ich hätte seinen Kopf gerne für mein neues Heim als Trophäe. Wie sieht es denn aus? Kann man das irgendwie arrangieren? Fände ich gut. Diesem Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf anzulegen, was? Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenglutangelegenheit. Aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgrov möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Okay, dann heißt es wohl wieder Abschied nehmen von der guten Eri Lit. Es war meine Ehre, mit dir zu kämpfen und vor allem erfolgreich zu kämpfen. Jetzt gehen wir noch mal kurz zum Drachen hin, zur Leiche. Und da liegt nämlich noch eine Wache. Die können wir auch mal abluten hier. Das Gold will ich auf jeden Fall haben für mein eigenes Haus. Und ja, Mann, ich würde so gerne den Kopf abschlagen. Geht das nicht, Mensch. Ich will den Kopf haben und ihn mir übers Bett hängen. Das wäre nice. Ach, okay. Man sollte hier ein Monument errichten für mich. Zu meinen Ehren, mein erster getöteter Drache. Und ich bin der Doverkin. Sehr schön. Okay. Nee, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Nach Weißlauf. Durch die Steppe. Durch das wilde Land. Ich hoffe, mich überfällt jetzt nicht noch hier irgendwelche Tiere und umstrecke mich nicht. Ja, das wäre arg peinlich. So ein Pferd wäre auch nicht schlecht, hey. Möchte man mir jetzt nicht bitte ein Pferd schenken? Das wäre doch mal angebracht, oder? Ich bin doch hier der Held vom Erdbeerfeld. Da kann man doch schön jetzt mal so ein Pferd rausrücken. Kostenlos. Wie sieht's denn aus? Resümee. Ein höchst erfolgreicher Kampf. Nicht einmal krepiert. Super Arbeit. Also, das habe ich gut gemacht. Da muss ich mich direkt mal selber loben. Aber ich glaube auch, dass... Ich habe das zum größten Teil auch dem Schwert den Neuen zu verdanken. Dem nach Sil 2 Hand. Wow. Okay, und was war das jetzt wieder? Habe ich jetzt wieder einen Schrei? Ich glaube, das war das Signal dafür, dass ich jetzt wieder schreien kann. Ich drücke mal. Ah ja. Okay, passt schon. Aber echt wird das sehr schwach? Kann ich nicht irgendwie härter schreien? Oder muss ich das erst noch lernen? Ah, komisch, komisch. Das mit dem Schreien bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und wie sehr ich das auch brauchen werde. Achso, Weißlauf. Das haben wir wieder. Auf das die Leute uns feiern, wenn wir die Stadt betreten. Ich glaube es zwar nicht, aber trotzdem mal. Ah, schau mal, die Wachen. Die können wir ja mal befragen. Äh, dann habe ich Folgen gefragt. Ich frage lieber mal den kurz. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Alles klar. Wie du meinst. Äh, ich gehe jetzt mal rein. Wobei ich eben auch denke, dass das Schwert schon einiges ausgemacht hat, was ich mir gekauft habe, noch schnell. Kurz vor Start. Bei Esmir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ah. Da weiß schon einer Bescheid. Nicht schlecht. Warum ist es so fucking hell hier? Ich muss warten mal ein paar Stunden. Es ist schon ein bisschen sehr hell. Knallt die Sonne denn so hart? Jetzt wird es schon wieder Abend hier. Ich habe doch an anderen Anstellungen... Habe ich da... Ah, shit. Ich glaube, ich habe an anderen Anstellungen was geändert. Anzeige Helligkeit. Ja, kann das sein? Ich glaube, es war schon eher so. Ja, fuck. Oh, wer bist du denn? Krassius Herico. Ich kenne dich noch gar nicht. Du bist ja krass, Krassius. Er sagt nix. Na, hallo? Du bist mir gesprächig. Er sagt da nix. So. Hallo? Adriana. Ah. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja. Stimmt, ich habe ja dein Schwert abgelegt. Ich war bei deinem guten Vater. Du wirst nicht auch drinnen reinzuschauen, wenn du etwas brauchst. Ja, alles zu seiner Zeit. Meine gute Freundin. Ähm. Ich weiß gar nicht. Achso, ja stimmt. Ich könnte jetzt mal... Ich gehe zum Gefährten wieder mal. Und lege mich mal kurz hin. Und schlafe durch bis morgen früh. Denn so ein Fight mit dem Drachen ist schon ein bisschen anstrengend. Guten Tag. Am Rennen. Habt ihr euch schon als Seltener versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Äh, worüber habt ihr beiden gestritten? Habt ihr gestritten gerade? Saphir, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Okay, braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich bin mir nicht so schade für eine Nebenquest, auch wenn es dauernd wird, bis ich diese angehe. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ja, ich weiß, warum du das sagst, weil du natürlich deine Waffe wieder haben willst. Ich möchte einhand Waffen trainieren. Ihr seid nicht aus Himmelsrand, oder? Hm. Nein, mit euresgleichen komme ich aber dennoch ganz gut aus. Nein, ich bin Rotwardone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Okay, nice to know. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Das habe ich vor. So ist der Plan, denke ich doch. So. Du? Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das... Das ist doch gar nicht möglich. Tja. Da willst du aber mal... Was mitbekommen, hey. So, schnell mal rein hier in das Ding, in die gute Stube. Denn es wird schon wieder dunkel. Und dann können wir auch schon mit diesem Solwusk reden, oder wie er hieß. Der uns da sprechen wollte. Okay, ja, ja. Äh. Äh. Dunkel, dunkel. Es dunkelt vor sich hin. Hallo, Talmir. Ich will in meine Gemächer, in die Wohnquartiere. Jetzt muss ich ja in diesem Gemeinschaftszimmer hier schlafen. Jetzt wird mich gerade aus Drachenblut erwiesen und muss hier mit dem ganzen... Mit dem ganzen Gesocks hier in einem Zimmer schlafen. Ich finde es nicht gut. Und ich sage es, wie es ist. So. Da hinten war mein Bett, ne? Ja. Schön schlafen legen. Bis... Ja, ja. Komm, einmal hier schön durchpennen. Von sieben bis sieben, würde ich sagen. Von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens. Damit sich das auch lohnt hier. Ach, herrlich. Ich spüre schon quasi, wie ich mich hier besser fühle und erhole. So, Abbruch. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Ja, ja. Hätte ich euch mal dazulegen können. Oh, hallo. Die Sorgenvolle. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorwasker, solange ich zu... Was? Ja, ja. Sehr gut. Hallo? Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Ja, ja. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Nur weil ihr hier so schnell aufgenommen wurdet, könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich euch helfe, noch schneller aufzusteigen. Kämpft gut und benehmt euch. Dann ist alles in Ordnung. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Nee, brauche ich echt nicht. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Aber ich brauche deinen Körper. So. Oh, ja, Sex ist sowieso ein viel zu selten vorkommendes Element im Videospielen, finde ich. Das könnte ruhig mal etwas intensiver dargestellt werden. Also jetzt nicht pornografisch, aber so ein bisschen, ne. Es ist Teil des Lebens, genauso wie aufs Klo zu gehen, was ich ja auch bemängle, dass das noch selten dargestellt wird. Also jetzt auch nicht so direkt, aber zumindest mal in Orte. Es gibt hier nirgendwo Toiletten. Ich meine, irgendwo wird es so ein kleines Plumpsklo geben müssen. So. Ja, da fliegen die Vögelchen weg von mir. Zu Recht auch. Jetzt ist aber die Frage, was tun wir als nächstes? Zum Jarl müsste ich jetzt Hauptquest mäßig. Was haben wir denn nebenquest mäßig? Jetzt finde anderen zwar ein Milchenschwert in Weißflusswacht. Hm, das aktiviere ich mal an. Schau mal, wo das ist. Weißfluchtwacht. Oh, hier hinten. Hm, das ist gar nicht so weit weg. Fühle ich mich schon bereit, ein neues Gebiet zu erkunden. Ich würde sagen, ja. Kümmern wir uns mal um Amrins Schwert. Jetzt ist gerade so eine frische Quest, die wir gerade bekommen haben. Von daher können wir das doch mal direkt machen. Äh, ich muss aber hier erstmal aus dem Ort hier raus. Ja, wir, äh, wir welken uns jetzt erstmal im Ruhm des getöteten Drachen und machen mal direkt weiter. Und werden mal diese Banditen überfallen. Denn ich denke mal, wenn ich es mit dem Drachen aufnehmen kann, kann ich es mit diesen Dieben durchaus auch aufnehmen. Und außerdem haben wir ja schon mal ein, äh, eine Diebescamp eingenommen. Warum kein zweites Mal? So. Äh, es wird gerade erst morgen. Da wollen wir die Diebe mal im Morgengrauen überraschen. Kann ich hier, komme ich hier runter unverletzt. So ein Pferd wäre jetzt mal echt nicht schlecht halt. Ja, ist echt noch früh morgens. So ein Pferd kostet auch Geld. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, ist gar keiner da. Ich könnte es auch stehlen. Was machen die ganzen Vögel hier? Hallo Vögelchen. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Stehlen, Pferd, nein. Oh, Frau Witzin. Es regnet. Super. Regen. Ich hasse ja den Regen. So, ich muss mal kurz unterbrechen, äh, um grafisch mal etwas hier freulicher zu sein. Bis dann. So, mal ein bisschen die Helligkeit drauf gedreht. Somit können wir auch bei Regen ein bisschen besser hier durch die Gegend laufen. Äh, ich muss genau, ja, die Richtung stimmt. Ich muss zu dem Berghang da hinten hin. Oh. Und schauen, wo der Eingang zu dieser Diebesgemeinschaft ist. Mein, dieser Regen. Dieses Unwetter. Und dieser Nebel. Wir gehen mal zu dieser Mühle hin. Ich war noch bei keiner dieser Mühlen. Mal schauen, was da so abgeht. Schon ein bisschen karg hier, die Landschaft. Okay. Ich habe ja auch noch ein paar Häuser zu stehen. Wäre doch mal interessant, was hier zu finden ist. Oh, Eisfurchenhof entdeckt. Hallo. Guter Mann. Wilmut. Ja. Ah, will ich nichts sagen. Okay. Ich dachte schon, du bist doch wieder ein Questgeber. Hallo, Hühnchen. Ich bin wieder abgelenkt hier. Ich will eigentlich zum Diebesding hier. Okay. Da müsste ich mich rein... rein, äh... zwängen. Hallo, eine Weißlaufwache. Ärger oder so? Ha. Ne. Was ist los? Drachen? Ja. Du bist hier ziemlich, äh... eingeschränkt in deinem Wortschatz. So, jetzt lass mich mal schauen. Wo geht's denn hier entlang? Ich muss da irgendwie rüber, da hier ist die Brücke. Ich grüße euch. Ja, danke. Und der nächste hier? Braucht ihr ein neues Schwert? Man spricht mit Adrienne in der Schmiede. Ne, ich hab eins, danke. Vom guten Graumäne. Äh, was haben wir denn hier? Riften Windhelm. Ja, ich will eigentlich nicht so weit laufen. Ich will nur hier... dieser Diebes... Äh, ist es eine Gilde? Diebes-Gilde? Nein. Die sind Diebesleuten hier auf die Schläge gekommen und ein Schwert besorgt. Oh! Wo kommst du denn her? Fuck! Yo! Jawoll! One hit und gut war. Ulfspilz brauche ich nicht. Also das Schwert ist schon, äh... Nicht, dass es hier eben war, ist das Schwert. Und viel zu stark. Das wäre ungut. So ein bisschen eine Herausforderung. Wäre schon nicht schlecht. Der Drache war jetzt auch schon ein bisschen zu leicht, fand ich. Habe ich mir ein bisschen härter vorgestellt. Ich glaube, ich bin hier richtig irgendwie. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ach. Falsche Knopfkombi wieder mal. Man kennt das ja aber auch nicht anders von mir. Oh ja. Ich höre jemanden. Ich speichere mal. Die sieht so aus. Gute Idee. Oh, da ist jemand. Oh, gibt es Ärger? Gibt es Ärger? Willst du Ärger? Ich glaube, er will Ärger. Yo! Er will Ärger. Komm her! Yo! Der ist ja... Ja, völlig krass. Also das Schwert hier. Das bringt es hart. Die drehe ich mitnehmen. Felschuhe. Nein. Gold. Immer her damit. Notiz an. Rodulf. Ist aber nicht Rolaf, ne? Ne. Ralof. Rodulf. Stahlschwert. Wein. Nein. Ich, 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 ich kreibe mal schnell die Notiz. Vielleicht gibt es irgendwelche Informationen. Kann ich hier irgendwie Notiz an Rodulf? Rodulf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber es ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr. Keine Spiegel mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Javier. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Aber Haieware habe ich schon mal gelesen, glaube ich, oder gehört. Na gut. Das hat sich auf jeden Fall für ihn erledigt. Denn er ist da jetzt tot. Ich werde gesehen. Warum werde ich gesehen? Weißflusswacht. Oh, da hinten bewegt sich was. Aber das Auge jetzt sagt mir, dass ich gesehen werde. Das ist natürlich schlecht. Warum werde ich denn gesehen? Ich bin doch hier hinter dem Felsen. Muss ich wieder die Frau hier töten? Ich glaube fast ja. Dann muss es wohl sein, die wird wohl hier mit dem Bogen schießen. Naja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Das tut sie. Genau das tut sie. Ich bezahle gar nichts. Ihr bezahlt. Daneben. Bam. So. Weg. Oh, komm hoch. Und? Huida. Nein. Schon wieder bei der Frau. Der finishing move finde ich jetzt wieder nicht sehr löblich. Oh, fuck. Ja, ja. Diese Gewalt. Ich weiß schon Bescheid. Ist nicht sehr schön. Sag mal hier. Salz brauche ich nicht. Danke. Dann war es das glaube ich schon. Das war eine Diebe. Wo ist das Schwert? Wann zeige mir das Schwert? Ja. Die Fässer durchsuchen bringt nichts. Ich brauche nichts zu essen. Nimmt mir nur Gewicht weg. Ne, hier ist nichts interessantes. Eine Kiste. Oh, eine verschlossene Kiste. Novize. Ist natürlich billig. Und ich hau trotzdem nicht gleich weg. Ja, natürlich. Das ist natürlich peinlich. An einem Novizen-Schloss. Jeze. Jeze. Heißen durch Gold. Gold auf jeden Fall. Gold kann ich gebrauchen. Und ich muss auch ausschauten nach Sachen, die ich verkaufen kann. Fisch. Ne, Lachs war das. Etwas Fisch. Ach so, da geht es wieder rein. Okay, alles klar. Na dann. Werde ich da drin noch mit mehr solcher, die solchen Dieben zu tun bekommen? Kein Problem aber. Unser tolles Zweihinderschwert. Wie hieß es eigentlich? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.